Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt Die Verheerung Ganon droht wiederzukehren So viel wissen wir Aber was genau auf uns zukommt Das können wir noch nicht einmal erahnen Aber Aber auch wenn der bevorstehende Kampf noch so hart wird Wenn irgendjemand Wenn du eine Verletzung davon tragen solltest Dann bin ich da und heil dich Egal wie oft Egal wie schlimm es ist Ich möchte Ich möchte dich einfach beschützen Wenn dieser Kampf vorüber ist Dann wünsche ich mir Dass du wieder zu Besuch kommst Wie damals Damals als wir beide noch Kinder waren Ich möchte dich auch gerne Ichigu